Die Situation an der ukrainischen Front scheint sich zunehmend zu verschärfen, da die russischen Streitkräfte weiterhin vorrücken und die ukrainischen Streitkräfte unter Druck geraten. Die ukrainischen Soldaten, bereits erschöpft von jahrelangem ununterbrochenem Kampf, äußern ihre Besorgnis über die potenzielle Dauer des Krieges. Während neue amerikanische Munition erwartet wird, um den ukrainischen Streitkräften zu helfen, ist die Frage der Rekrutierung und Ausbildung neuer Truppen entscheidend. Das umstrittene Mobilisierungsgesetz, das für sein Fehlen von Zeitgrenzen für den Dienst kritisiert wird, wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit auf, die ukrainischen Streitkräfte langfristig in ausreichender Einsatzbereitschaft zu halten. Die Soldaten an der Front berichten von ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen, das sie im Laufe der Jahre gesammelt haben, und betonen die Bedeutung, eine erfahrene militärische Kraft aufrecht zu erhalten, um dem Feind gegenüberzutreten. Doch die Herausforderungen bleiben bestehen, insbesondere in Bezug auf die Bereitstellung von Ausrüstung und Munition sowie die kontinuierliche Aufrüstung der russischen Streitkräfte. Während sich Taktiken und Technologie weiterentwickeln, müssen sich die ukrainischen Soldaten an eine sich ständig verändernde Kriegsumgebung anpassen, während sie sich auf die Möglichkeit einer langen Auseinandersetzung vorbereiten. Die Frage, ob der Krieg zehn Jahre dauern könnte, ist eine berechtigte Sorge, die schwer auf den Gemütern derjenigen lastet, die sich an der Front befinden.